Hi, Stefan! Ist das geil, oder? Berlin hat ja diese Toleranz, diese Öffentlichkeit und diese... Ich trau mich nicht aufstehen! Was dann? Das ist blöd, da müsste man Entschuldigung sagen. Wir haben eine Abnahme. Mit ihm haben wir eine Abnahme? Kein... Kein Kälter mehr, aber... Mit ihm geht's nicht. Wir haben eine Abnahme. Und das ist eine Abnahme. Ich bin jetzt hier... Ich bin jetzt hier. Hier ist ein Mann. Die Rad, die geht zu und dann mal geht es zu. Jawohl, die Rad ist einfach nur mal ein bisschen zu groß. Sehr schön.